Musik Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach den Sommerferien fängt für Tausende von Erstklässlern bekanntlich der Ernst vom Leben an. Von der Schule träumen kann man aber schon jetzt, denn bei uns gibt es zum Glück einiges, was der Schulanfang ein bisschen leichter macht. Rucksäcke und Schultornister aus strapazierfähigem Material und hochwertiger Verarbeitung. In lässigem Design und mit viel Platz für einen Aufbruch in die neue Welt. Extra leichte Tornister zum Rücken zu schonen, breite oder polstrende Riemen, die nicht einschneiden, und Leuchtstreifen für mehr Sicherheit. Und Reflektoren, damit man bei jedem Wetter gesehen wird. Trotzdem gilt natürlich immer noch, schauen, losen und erst dann laufen. Am ersten Schultag möchte man gefallen und auffallen. Kein Problem mit diesen T-Shirts, Hosen oder Jacken, wo einiges einstecken können, auch wenn es heiss zu und her geht. Und gerade noch ein heisser Tipp für die Gotte oder den Opa. Auch Schüler etwa mit Inhalt, Mal etwa und alles, was man sonst zum Lernen braucht, kann man bei uns günstig haben. Aber das Schönste ist halt immer noch die Pause. Und das sogar im Traum. Auch wir haben jetzt eine kleine Pause verdient. Und schauen, was uns der Armin Amrain für ein Rezept mitgebracht hat. Glatte Pfirsich, besser bekannt unter dem Namen Nektarinen, haben die jetzt Hochsaison. Ein ganzes Frischmärk-Magazin ist darum dem vielseitigen Steinobst aus dem sonnigen Süden gewidmet. Und in diesem Magazin findet man ein heutiges Rezept. Richtig, es ist ein erfrischender Salat aus Nektarinen und Fenkel. Grüezi miteinander. Nektarinen halbieren, entsteinen und in dünne Schnitt schneiden. Das Fenkelgrün hacken, dann die Knollen halbieren und in ganz viele Streifen schneiden. Das wäre es eigentlich schon. Jetzt für die Soße Zitronensaft, Essig, Öl und Joghurt verrühren. Die Soße mit Salz und Pfeffer würzen und sorgfältig mit den Salatzutaten mischen. Und zuletzt das Fenkelgrün darüber streuen. Weitere lustige Nektarinen-Rezepte finden Sie in der Frischmärk-Beilage aus der Coop-Zeitung dieser Woche. Und hier zur Erinnerung nochmals alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Nektarinen, Fenkel, Salz und Pfeffer, Zitronensaft, Essig, Öl, Joghurt und Oliven. Dankeschön Armin. Sommer bedeutet schönes Wetter, warme Öben und spannende Begegnungen. Aber auch das Auto muss glänzen und alles, was man dazu braucht, gibt es garantiert im Bau- und Hobbymarkt. Also am Bau- und Hobbymarkt kann es nicht liegen, wenn mal etwas nicht klappt. Denn das Auto glänzt, garantiert. Zum Schluss wie immer noch ein paar glänzende Aktionen. Ein Sonnenblumenstrauss aus unserer Blumenabteilung kostet 7,90 Euro. Mit der Coop-Supercard bekommen Sie eine Dose Goldstar Vanille Rahmklassett zum halben Preis. Und beim Kauf von zwei Viander Servalas gibt es 100 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Soviel für heute aus dem Coop-Studio. Dankeschön, dass Sie Zeit hatten, spannende Sommeröben und auf Wiedersehen in einer Woche. Vielen Dank.